Dann würde ich sagen, fliegen wir dann eben noch mal rüber. Hallo und herzlich willkommen zur 89. Folge Planet Nomads. Ja, wir sind jetzt so weit, dass wir hier fehlt was. Sonst würde er das herstellen. Zusammensitzt Mk2. Dann stellt er erst mal den Treibstoff her. Wir brauchen es ja eh alles. Soll ich es. Da wird der Treibstoff hergestellt da hinten. Wir haben 100 Batterien. Wir haben 10 von den Batterien. Davon haben wir genug. Das brauchen wir wahrscheinlich nicht oder hoffentlich nicht. Wir haben genug zu essen. Wir haben genug Wasser. Super Nahrung. Haben wir richtig viel. Da können wir fast auf Null sein. Dann bringen die uns trotzdem noch hoch. Ja, das haben wir. Genau. da kann er mal wieder so ein bisschen was herstellen zwei hat er der dritte wird hergestellt und zwei eins jawohl in weniger als einer minute haben wir dieses eine teil ich würde aber trotzdem sagen das machen wir mit dem flieger das ding sitzt jetzt oben drauf es ist nicht mehr eingegraben ich habe die befürchtung dass wir das noch mal abreißen und neu bauen müssen hier können wir das wieder bauen erst mal machen was geländer wieder ran so und jetzt das war ziemlich am ende glaube ich hybrid replikator genau dem hatte ich fünf zusammengesetzte und fünf von den roten dingern den haben wir so die kannst du schon mal herstellen und was war das drei von denen ne fünf also noch mal zwei dazu ich hoffe das reicht alles ich nehme den flieger weil ich ganz einfach schneller hin und her komme das schnack schnack children schnack schnack wo schnack 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. My sensors show you are slightly thirsty. I'm going to go to the top of the top of the top of the top. Jetzt muss ich aber gucken, was da war, weil ich kann noch ein zusätzliches, was zusätzliches machen. Upload the Vios to the Main Monument, an Vios soll man oder? In der mittleren Net Bay, ok, das machen wir natürlich noch. So ist es aus. Rüstkammer, FAD Maschine, Arfinerie, eine Met Bay haben wir noch gar nicht, ok, dann bauen wir die noch. Mittlere Rüstkammer, Raffinerie, FAD Maschine. Kompakte Rüstkammer. Werkzeuge, mittlere Krankenstation. Die brauchen wir. Kompakte Rüstkammer. So, das heißt. Das so. Und so. Gut, jetzt brauchen wir dieses Teestück. Gut. Was sehen von denen? Gut. Bis zum nächsten Mal. Trauma-Kit. So, da habe ich wieder drei von. Acht, den neunten Walter gerade. Neun und zwanzig Sekunden haben wir den zehnten. Okay, und das heißt ich brauche nochmal fünf von denen. Okay. 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 Dann kann ich den Virus hochladen. Okay. 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 Und das ist noch ein Bug. Er will jetzt noch ein Virus erstellen. Dann würde ich sagen, fliegen wir dann eben nochmal rüber. Okay. 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 Und das ist noch ein Gong. Das ist noch ein Ding. Und ich habe das noch als in der Karte. Drei. 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 Ich will jetzt nicht, dass der da zu viel macht. Ich habe nämlich die Befürchtung, wenn ich den Virus da reinschmeiße, dass ich mich dann beeilen muss, weil ich sonst selber irgendwo auch angegriffen werde, terminiert werde oder so. Ja, aber wir sind am Ende dieser Folge. Ich denke mal, morgen seht ihr die letzte Folge und was wir dann nächste Woche machen, weiß ich noch nicht. Ja, auf jeden Fall schön, dass ihr da wart. Mich würde es freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Lasst einen Daumen, einen Kommentar. Vergesst es aber nicht. Bis dann. Tschüss.